Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, Infovideo, zack, 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 Info Nummero 1 am Dienstag, den Moment, 9.12. ist wieder ein Community-Zock-Abend, wir werden dieses Mal Gary's Mod spielen, ähm, ich komme in Steam Online um 19 Uhr, dann zocken wir bis um 20 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt, bin ich ab 20 Uhr da noch im Teamspeak für ungefähr 30 bis 60 Minuten, und dann können wir ja schwätzen und auch einfach noch halt so zocken, aber natürlich dann ohne Aufnahme, weil ihr wisst, Stimmen wäre wahr und sowas, ist schwierig dann da. irgendwas draus zu machen, ähm, ja, also am 9.12. von 19 bis 20 Uhr wird Gary's Mod gespielt, mein Steam-Name, meine Steam-Eddy steht hier unten in der Beschreibung, und ja, ich habe keinen festen Server, ich denke, wir werden einfach so ein bisschen rumhuscheln, vielleicht ein bisschen Mörder oder dies und das, keine Ahnung, äh, je nachdem, ich denke, einfach nur bauen ist wahrscheinlich dann schwierig, weil fürs Bauen, ich meine, das können wir dann später machen, wenn wir dann labern, weil das ist dann spaßiger, wenn man dann labern kann, aber halt irgendwelche Spielmodi, wenn man sich so ein bisschen, ihr wisst schon, ja, äh, äh, Melonbomber wär geil, also Gary's Mod am 9.12. ab 19 Uhr. Zweite Info, die Facebook-Gruppe, in der ihr Werbung für eure, ähm, meine Werbe-Facebook-Gruppe, in der ihr für eure YouTube-Videos werben könnt, hat jetzt schon über 700 Mitglieder, also Leute, das ist ja richtig fett und sowas, kommt dazu, kommt herein, äh, macht Werbung wie ein Schwein. Ihr wisst, Schweine werben sehr viel, die ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, die hab ich immer verlinkt, oder, äh, immer, immer, die ist im Standard, Standard drin, Facebook-Gruppe oder sowas, keine Ahnung. Dritte Info, das war's eigentlich soweit, mir fällt jetzt grad nichts ein, ich wollte hier die Infos auch mit der Kamera machen, aber die ist jetzt leer wegen den Adventsvideos und sowas, ist die Kamera leer gegangen. Die Tage, ah, genau, dritte Info, die Tage kommt noch ein Special, mit jemand ganz Besonderem, und vierte Info, bald kommt was Ultra-Crankes, aber ich kann mehr dazu nicht sagen, das wird auf jeden Fall richtig, äh, cool und sowas. Äh, freut euch schon mal auf etwas, das ihr nicht wisst. Das macht doch am meisten Spaß. Und da kennt ihr dieses Gefühl, man hat diese Freude im Bauch plötzlich, und dann fragt man sich aber irgendwann, Moment mal, Moment mal, warum fröre ich mich denn überhaupt? Das ist cool. Das Pendant dazu ist natürlich dieses, äh, einem geht's irgendwie voll schlecht, man sitzt da rum, dann fragt man sich kurz, Moment mal, warum geht's mir schlecht? Und dann ist es scheiße, wenn man nachdenkt, und dann fällt's einem nämlich wieder ein. Lieber am besten gar nicht nachdenken, dass irgendjemand gestorben ist, oder sowas. Pah! So weit, so gut, das waren eigentlich die Infos. Ich hab hier im Hintergrund, ich hab aufgrund dessen, dass ich eben kein Video jetzt habe, Ich hätte ja einfach die Webcam nehmen können, ich hammel. Aufgrund dessen, dass ich jetzt kein Video habe, in dem ihr mein Fresschen sehen könnt, dachte ich mir, ich zocke, äh, mal wieder eine Runde, äh, Black Ops 2 Zombie. Das war's soweit. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen, guckt das Video noch zu Ende oder nicht, also ich sag jetzt nichts mehr dann gleich, ich sagte nur noch, das, ähm, das Spiel, am Ende bin ich echt Rambo-mäßig verreckt, aber es war auch cool, aber ich, also ich mein, ich hab mich dummerweise irgendwo hingestellt und bin ganz blöd verreckt. Ihr könnt doch einfach hinspulen, ist egal. Äh, vielen Dank, lasst, spult aber nicht hin, hey, hey, die, die, äh, Zuschauerbindung leidet. Guckt, lasst einfach das Video laufen, verdammt nochmal. Ähm, kann ich euch noch irgendwie unterhalten. Mir fällt nichts mehr ein, sorry Leute. Ihr könnt noch gucken, wie draufgehe ich richtig gespielt hab. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Vergesst Dienstag nicht, gell, kommenden Dienstag, kipp. Pfff, ciao. Oh.